So, äh, was soll ich denn spielen? Killer oder Survivor? Sprecht rasch! Was macht ein Mensch, ein Elb und ein Zwerg hier in der Rittermark? Ich soll den Hut fressen? Survivor! Survivor! Spiel mal wieder Doktor! Ugh! Doktor ist, Doktor ist fürchterlich! Okay, viele sind für Killer! Spiel mal als Killer! Äh, ähm, aber Meiers war gestern! Ich mach mal ihn hier! Yeah, ich mach mal Fallensteller! Darauf hab ich, glaub ich, Bock! Hexe? Danach Hexe? Kann ich machen! Vielleicht kann ich's ja auch immer abwechseln! Eine Runde Survivor, eine Runde Killer! Ja, Trapper! Spiel ein Trapper! Istari! Das halb ich für ne Lüge! Äh, pfff! Ja! Ja! Passt! Passt für mich! Hab ich in die Hexe verliebt! Hab' ich in die Hexe verliebt! Hab' ich irre lange gedauert, die gut spielen zu können! Verliebt, Dude? Uh! Ssss! Hm! Hehe! Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute für euch beide! Lokse in ne Falle! Ja, definitiv! Schlorse in nacken! Hahaha! Einfach, weil du, du bist kleiner als drei! Dankeschön! Größer als vier! Luna Pi, Dankeschön! Dankeschön für den Support! Vielen lieben Dank! Hier kriegst du ein Herz! Nice! Dankeschön! Dankeschön für die drei Dollars! Nein, Euronen! Sind das ja... Excuse-moi! Ma, 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 ma! Mich in sanfte Erleuchtung höhen! So! Besser? Besser so? Hadou, hadou! Oh! Faulige Felder! Auch noch die schlechteste Map für einen Fallensteller, ey! Brrrr! Oh! Ich hab' das Dönermesser, Freunde! Ich hab' das Dönermesser! Ja! Ja! Nice! Und auf jeden Fall werde ich auch, äh, die extra Soße haben, so wie es aussieht! He, he, he! Uh, hu, 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 hu! Oh, ho, 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 ho! Aber machen wir mal so, machen wir so! So, was ist denn hier los? Hat hier wieder Bock auf ein kleines Tänzchen? Wait, 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 ah! Ah, 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 wen haben wir denn da? Wen haben wir denn wo? Oh, grüß dich! Bim! Du bist das mit der Soße, ne? Du hast bestellt. Kommt sofort, Herzchen. Das ist... Ich wollte gerade sagen. Oh, hi. Guten Tag, ne? Grüß dich. Ich bin hier übrigens. Ich bin hergekommen, um dich zu beglücken. Das ist mein einziges Anliegen. Ab in den Keller mit dir, Fräulein. Straight to the basement. Oh Gott. Holy fuck. Nein. Nein. Oh fuck. Äh, Charlie. Dankeschön. Danke sehr. Verdammte Axt. Ich habe meine Beute verloren. Ich habe meine Beute verloren. Ich muss mal hier den Touchscreen ausmachen. Sonst nervt er. Absonderlich. Alles geht in die Hose. Oh. So. Ja. Ja. Kommt mal, meine Herzen. Kommt mal alle. Grüß euch. Möchtest du die nächste am Spieß sein? Shit, nein. Nein, nicht ins Korn. Nein, nicht ins Korn. Alles nur nicht ins Korn. Oh, offensichtlich bin ich immer noch dran. Ja, ja, ja. Ich bin immer noch dran. Können, Leute. Das, das, blankes Können. Nichts weiter. Ah, jetzt kein Zufall. Wer das denkt, wer das denkt, ist doof. Hi. Oh, gut. Gutes Spielseff. Guter Schlag. Hat fast gesessen. Ich brauche, ich brauche die Spaghetti-Arme, Freunde. Ich brauche Spaghetti-Arme. Help. Nein. Blatt, lass mir ab. Du wirst nicht ewig hinkommen. Du wirst nicht ewig hinkommen. Yes, das war doch schön, oder? Ich würde gerne mein Messer noch auf dich draufschmeißen, wenn es möglich wäre. So, straight to the basement, Herzchen. Jetzt aber. Und dann alles langsam köcheln lassen. Ja, 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 ja. Alter, die ballern hier die Generatoren durch. Das ist eine wahre Freude. Mensch, jetzt sind die drin! Geiler Hut. Dankeschön. Appreciate it. So, was geht denn hier? Aber ich wollte eigentlich die Scheiße aus dem Keller raus... Wie heißt das? Fallen stellen. Trappen. Warum gibt es für manche Sachen keine coolen, deutschen, äquivalenten Begriffe? Ich möchte das bitte einreichen. Wait, pscht, pscht, pscht. Sind sie schon da? Sind sie schon da? Oh, ja, die sind da. Oh, ja, die sind da. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein. Latsche, die Falle! Die war so schön! Die war doch so schön, oder? Verdammt! Ich habe mir Mühe gegeben. Ich weiß, das war ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ach, komm schon! Ich habe mir das so schön überlegt. Warum tust du mir das an? Oh, das ist auch noch die... Wait. Die hing noch nicht? Moment mal. Moment. Ich bin verwirrt. Die sehen alle gleich aus. Darum wahrscheinlich. Oh, oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, oh. Grüß dich. Shit, ich sollte diese fucking Paletten platt machen. Aua, ne? Aua. Straight to the basement. Ja, 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 ja. Geh mal da hin, Schätzchen. Geh mal da hin, Herzlein. Das ist eine gute Idee. Prinzipiell eine pralle Idee. Wirklich toll. Also, alles toll gemacht. Max, everyone. Holy shit. Oh, Borrowtime. Jets. Wahrscheinlich Jets, oder? Jets sind die 5 Euro voll. Dankeschön. Das ist eine richtig gute Falle. Ja, das hat richtig gut funktioniert. Danke, Luna, für die... für die Euronen. Wollte ich schon wieder doller sagen. Weiß gar nicht, warum. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ha, 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 ha. Hab ich's nicht gesagt. Ja, 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 ja. Bäm. Straight to the basement. Oh, 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 oh. Die andere ist auch umgefallen. Wegen dem, wegen dem, wegen dem, wegen dem Perk. Hi. So, Bock auf ein kleines Kaffeekränzchen? Könnt ihr haben, Mädels. So, wo waren das jetzt? Wo ist denn ja was in die Luft geflogen? Where, oh where is our little mech gone? Oh where, oh where could she be? Metzle die auf jeden Fall weg. Gibt gar nichts besseres. Wow, wie diese Map nur aus Mais besteht, einfach mal. Was ist los? Ja, sehr gut. Das Schilf ist mein Freund. Also, die scheißte einfach drauf. Jetzt sie sterben. Nö, Rettung, nö. Warum? Oder geht sie jetzt mal? Ne, die ist einfach weggestorben. Ach, okay, okay. Oh, hi. Sorry. Okay, das hat sich schlecht angefühlt. Wait. Ja, okay, du musstest jetzt drei Wittelstunde liegen. Jetzt kommst du an den Haken. Jetzt lass ich dich nicht mehr liegen. Da hast du wenigstens ein bisschen was zu tun, Herzchen. Sorry. Aber der Bill hätte sich mal ein bisschen eher ausscheißen sollen. Mais macht heiß. Wen denn? Das Spiel ist pädagogisch wertvoll. Definitiv. Finde ich aber auch. What the fuck? What the fuck? Wait, wait, wait. Der war hier, ne? Ja, ihr habt's gesehen. Der war hier. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Oh, okay. In Ordnung. Okay, da ist aber, da ist aber die Hedge. What the fuck, Bill? What the fuck? Nein. Nein. Nein, Bill. Nein, Bill. Nein, Bill. Aber die Hedge irgendwo... Oh, shit. Oh, shit. Der Mann ist eine Legende. Der Mann ist wohl wirklich ein Gott unter den Lebenden. Soll ich? Okay, Chad. Chad, ihr entscheidet das. Soll er sterben? Soll er sterben? Nein? Bring ihn um. Ja, mach. Ja, ja, ja. Alles klar. Chad macht mich zum Sadisten. Chad sagt, er muss sterben. Sorry, Bill. Chad war's. Easy. Nice, nice. Schöne Runde. Schöne Runde. Auf einer richtig furchtbaren Karte, ey. Fred helfen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Alle Spenden gehen immer noch in das kleine Hamsterlein. Das zukünftige. Aber Bill ist doch schon Left 4 Dead 2 gestorben. Exakt. Das heißt, das tut ihm jetzt gar nicht mehr weh. GG. Bye. Hä, könnt ihr dir helfen? Achso, Max. Benimmt sich niemand? Benimmt sich irgendwer nicht? Zieh den Hut aus. Nu. Nu. Habt ihr Fred eigentlich schon? Nee, wir holen den noch. Also, wir fahren jetzt erstmal in Urlaub nächste Woche und danach dann irgendwann. Bill ist in Left 4 Dead 1 gestorben? Boah, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Spiel Friday. Spiel nachher Friday. Achso, ja, okay. Ich kann, ähm, genau. Ich kann, ich kann eine Runde Survivor machen. Also, wer in meiner Liste ist, kann mir joinen. Aber ich sortiere jetzt, ich sortiere jetzt nicht aus, weil das dauert dann zu lange. Es gibt halt ein paar, äh, ein paar Leute oder einige, die meisten Leute so, die schauen halt nur zu. Und für die ist es dann eine unglaubliche Lücke immer, wenn ich mal diese Liste ausmisten muss. Das ist halt super blöd. Lohnt es sich, Friday Thirtins zu kaufen, wenn man bereits DVD hat? Dude, ich würde die Spiele nicht miteinander vergleichen. Das ist halt zwei, also es sind völlig unterschiedliche Spielweisen, glaube ich. Aber was haben wir denn hier cooles? Wir haben ja eigentlich gar nicht so viel cooles. Oh, oh, ja, Böller. Oh, ich werde mir richtig einen abböllern. Ja, ja, bitte. Yeah. Let's go. Am Ende ist Fred dann ein Mädchen. Nein, nein, es wird ein Fred. Und wenn es eine Frieda wird, dann ist das halt so. Wir sind im 21. Jahrhundert. Jason ist voll arm. Ja, ja. Martin! Gö. Danke sehr. Wieso kann ich hier mal schreiben? Gö. Machst du dann auch mal ein Video mit Fred? Ja, definitiv. Ich werde ihn presenten. Und ich werde ihn vor allem richtig doll lieb haben. Wie heißt das Spiel vom Vorjahr? Monstrum. Kill for Mother. Und plötzlich ist Fred gar kein Hamster. Wie kam der auf den Namen Fred? Keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich möchte einen Hamster und der soll Fred heißen. Das war so. Die Synapsen sind einfach ineinander übergegangen. Also es gab quasi gar keine andere Möglichkeit, als den Namen Fred zu denken für mich in dem Moment. Es war faktisch nicht möglich. Rein anatomisch schon. Für mich versteht er das? Fred ist ein Affe. Da sitzen die auf meiner Schulter. Wie bei... Bei... Ähm... Naja, so ein richtig nerviger Affe. So ein Assi-Affe. Wie bei Fluch der Karibik. Äh... Äh... Wir hatten auch einen Hamster. Echt? Der hieß auch Fred? Der muss Fred heißen. Wer ist der Lieblingskiller? Der... Billy of the Hills. Fred ist ja Pflege-Gorilla, also. Ich tot sein. Du Gorilla. Der sitzt da hinten auf der Couch. Shit, da muss ich noch aufräumen. Ne, Mist. Dann kann es kein Gorilla werden. Sorry, Chad. Sorry. Äh... Kannst du mich grüßen? Ja, hi. Hi, Efi. Efi. Ich sage Efi. Ja, trinkt der Energy außerhalb der Kamera. Ja, ich bin... Der... Der... Leute, der Jugendschutz. Ich muss doch euer Herz schonen. Ja, wenn schon nicht vom... Videokontent her, dann doch wenigstens so... Komm zu Mama. Komm zu Mama. Ich habe voll die beschissenen Perks. Das wird so nix. Oh, Moment. Moment, ich habe... Ich habe Firecracker. Oh, Baby. Eine Taschenlampe. Yeah. Ich werde dich definitiv rausholen. Halt durch. Halt durch. Was ist denn hier? Warte mal, lass mich da erstmal im Spiel ankommen hier. Was ist denn hier überhaupt Phase? Oh, oh, warte mal, warte, was ist denn das? Wait, was ist das für eine Karte? Oh, Blood Lodge! Nice! Fun Times, Leute, Fun Times! Ah, wundervoll. Vielleicht fangen wir mal mit was Seichtem. Okay, bye. Vielleicht fangen wir mal mit was Seichtem an. Mit so einem kleinen, schönen Generator. Mal ein bisschen was für den Nerven. Mach ihnen die Hülle heiß. Oh, 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 I try. Meine Mutter heißt Rät. Hat die, hat die auch einen Bart? Sorry. Hadou, hadou. Yeah, ah ja. Aha. Aha. Ja. Dwight sieht so bescheuert aus, wenn er, alle Survivor sehen so bescheuert aus, wenn sie in die Luft gucken. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Meme. Warum kannst du eigentlich so gut Englisch? Ich glaube, durch Videospiele. Und weil ich seit einer gewissen Zeit einfach unglaublich viele englische Streamer gucke. Lol. 404, Killer Not Found. Wo ist denn der? Wo stiefelt denn der rum, sagt man? Achso, wir sind gleich fertig hier. Warte mal, so geht das doch nicht. Oh, grüß dich. Hadou, hadou. Hi. Wait, 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 wait. Ich glaube, der Typ hat noch nie in seinem Leben Firecracker gesehen. Der ist bestimmt neu. Feels bad, man. Nein, nein, nein. Oh, shit. Er bricht die Palette nicht. Doch, du wirst sie brechen. Du wirst sie brechen, dude. In your face. Oh, ich hab sie nicht. Nein. Wait, 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 wait. Shoot, drop, drop, drop. Yes, 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 yes. Das ist so heiß, das ist so heiß, das ist so heiß. Der arme Typ. Ah, aus dem Weg. Aus dem Weg, Mann. Wo schwingst denn du hin, mein Freund? Nein. What the fuck? What the actual fuck? Er will nicht mehr. Wir haben ihn kaputt gemacht. Ah. Wait. Ich hab ihn nicht mehr. Der guckt, der guckt in der Ecke. Ja, ist in Ordnung. Nein, komm mit. Komm mit. Schnell, schnell. Yes. Hey, dude. Wir sind da nicht. Wir sind nicht da. Okay. Ciao. Hau rein. Ist in Ordnung. Was für ein Salat, ey. Was für ein Salat, Mann. Wetten, ich steppe jetzt in irgendeine random Falle rein. Wie ich mich kenne. Oh. Haben wir alle Generationen auf der einen Seite gemacht? Oh, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Holy shit. Holy shit, Jackie. Oh, Gott. Oh, ich hab's nicht gehört. Kann's nicht hören. Keine Chance. Absolut keine Chance. Dankeschön, Jackie. Vielen lieben Dank. Danke für den Support. Danke für die 10 Euronen. Crazy. Nein. Leck mich. Ich werde jetzt loo... Oh, mein Gott. Wie kannst du dich von dem fangen lassen? Sagt er. Und wird wahrscheinlich selber gefangen. Ah. Ja, 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 ja. Nein. Ich habe dich, Bruder. Ich habe dich. Oh, shit. Ich dachte, er trifft mich. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Chase me, buddy. Bäm. Doch nicht. Nein. Nein. Kann doch nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht wahr zu schweinen. Mobot ist wieder am Start. Mobot ist immer am Start. Holy shit. Komm, buddy. Komm, buddy. Komm, buddy. Kleine Spritztour gefällig. Shit. Nein. Du kannst doch das nicht tun. Ah. Nein. Later. Later, Nerd. Oh, shit. Ich habe keine Paletten mehr hier. Fuck. Okay. Wir haben noch ein bisschen vom Spielplatz über. Bäm, Junge. Bäm, Junge. Der arme Killer, Alter. Mach mal jemand bitte den letzten Generator oder muss ich mich jetzt hier wieder erbarmen? Seriously? Seriously? In deiner Labbe? Ja. Labbe mit Doppel B. Labbe herrscht. Labbe herrscht einfach nur. Ähm. Ähm. Wait. Wo sind Sachen? Wo sind Sachen? Wo ist was? Oh, Gott. Hi. Oh. Danke. Ja, ja. Ja, danke. Dankeschön. Dankeschön. Eine wahre Verköstigung. Eine wahre Gönnung, Freunde. Shit. Der hat bloß die drei Generatorne hinten. Wir sind fucking tot, oder? We fucked up. Ich mach den jetzt. Come on, come on. Ich hoffe zu spinnen. Der wird zu sehr am Zocken. Ja, sorry. Ich musste mich gerade konzentrieren. I'm dead, boys. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. So will das aber nicht, Schätzchen. Au. Mööö. Go. Mööö. Puck me up. Puck me up inside. Fuck. Fuck. Ja, war ein guter Versuch. Guter Versuch, Herzchen. What the fuck? What the fuck? Oh, Alter. Ich wollte gerade schon sagen. Man hat gerade wahrscheinlich die ganze Taschenlampe verbraucht. Nein. Oh, Hedge. Ja. Go. 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 Palette. Palette. Palette safe. Palette safe. Der ist nicht so schnell. Der ist nicht so schnell. Schnell. Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Drop it. Oh. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. Hey. Warte mal. Die Etikette muss gewahrt werden. Freunde der Nacht. So. Jetzt bin ich wieder da. Wie die rumstühlen. Wie ein schlechter Pono. Wäre die hier? Ja, ein bisschen, ne? Ah. Möö. Ja, auch du. Alter, übertreib's nicht. Hau ab. Ach, come on. Lass sie nicht hängen. Nein, lesen und schreiben. Ich werde mich selber wieder von dem Haken lösen. Ich mache das alles selber. Hab euch nur verarscht. War nur ein Witz. Spielst du mit Leuten aus dem Stream? Ja, Kiki. Und Hallöchen. Schön, dich zu sehen. Sef14 wird sein Leben lang verfolgen. Welcome to my life. So, bin jetzt auch da. D kleiner als drei. Hallo Michelle. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, yo, Leute. Kriegen wir noch ein paar Herzen für Michelle in den Chat? Die hat gestern ihre Sache als Mord voll gut gemacht. Als Unfreiwilliger. Dankeschön. 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 Yeah. Here we go. Here we go. Here we go. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Äh, wie lange streamst du, Sef? Ähm, eventuell nur bis 21 Uhr. Oder was heißt nur? Eventuell bis 21 Uhr. Ich kann's, ich kann's noch nicht genau sagen. Oh shit, ich hab die Taschenlampe verloren. Fuck, das war ein Geschenk. Wisst, ich hätte nicht sterben sollen. Ich bin schlecht. Äh, so, here we go. Let's go. Achso, nee, ich wollte ja Killer spielen. Moment mal. Ich wollte ja Killer spielen, ne Runde. Hexe. Ähm, ich mag nicht. Ich, ich mag nicht. Erhöht deutlich effektiven Wirkungsbereich. Hm. Hm. Phantomfallen verlangsamen Überlebende innerhalb des Wirkungsbereichs. Ach, ich kann mich dann aber nicht mehr teleportieren. Mist. Zeig die Aura der Überlebenden in vier Sekunden an. Oh yeah. Oh yeah, Baby. Oh yeah. Was haben wir denn? Hm. Auf jeden Fall bin ich nicht auf dem Schrottplatz mit der Hexe, ey. Da sterbe ich lieber. Dann doch eher... Krotus Prenn? Nee. Habe ich eine McMillen-Opfergabe, bitte? Why? Wo habe ich den guten Scheiß? Okay, dann, dann... Vielleicht zur Farm. Vielleicht zur Farm. Verbrennt ihn. Er ist ein Hexer. Hier auf den Scheiterhaufen mit ihm. Äh, ja, Hilfe. Ich hab... Ich hab immer mal... Ich muss immer mal meine Freundesliste umkrempeln, weil halt auch andere Leute rein wollen. Ist halt das Ding. Sorry, dass du gestorben bist. Ach, naja. Ja, pfff. Ist ja kein Ding, Mann. Kein Ding. Das war ich ja auch selber. Was brennt noch aus einer Hexe? Meine Liebe zu euch, Freunde. Ja, zwei Toolboxen. Easy. Und Hallöchen an alle, die jetzt dazugekommen sind. Herzlich willkommen zum Stream. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Abend. Was geht denn hier eigentlich? Ich sag mal... Face Camp. Ja, die Mac Face Campen. Das wird es ihr zeigen. Das wird sie lehren. Och, nicht doch zu dem Blöden. Warum sind das immer... Das sind wahrscheinlich diese Low-Rank Survivor, die immer zu dem fucking... Sumpf... Ja, Sumpfkacke da wollen. Warum eigentlich? Die Map ist furchtbar, ey. Mach mal die Nurse. Ah, ja. Genau. Sehr cool. Genau. Mach ich. Mach ich. Aber erstmal eine Runde Survivor und danach die... Noise. Trooper. Hillbobby. Wraith. Und Noise. Ah, easy Lampkin Lane. Nix ist weder mit... Weder Farm noch hier euer komischen Scheißdreck. Fields. Gut. Perfektes Dreieck, Freunde. Ein perfektes Dreieck. Oh, ich bin so klein. Und ich hab keinen... Doch, ich hab Rispers. Nice. Best Perk in the game. Wisperst ohne Scheiß. Der beste Perk ever. Ey. What you doing? Ey. What you doing, Dwight? Ja, ja. Es ist eine süße, kleine Hexe. Ja, ja. Und ich habe nicht mal brutale Stärke. Also, doch. Aber Level 1. Der Dwight ist ein Zauberer. Oh, nice Spins. Nice Spins. Hat ja aber nicht so viel... ...gebracht, Pupsi. Angestellt. So, du kommst jetzt mal schön auf die Hüfte. Schön auf die Hüfte kommst du jetzt. Beziehungsweise Schulter, oder wie das heißt. Ist mir egal. Das ist bei Hexen eh wahrscheinlich immer alles ein bisschen anders. Oh. Du hast da ein bisschen Kotze an der Jacke. By the way. Warum... ...wie... ...whatever. Was auch immer. Ich kapier die Hexe nicht. Nein! 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 Oh, 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 oh. Gut! Gute Palette! Super! Komm, Kiss! High five! High five, Mac! Oh, ich wollte das Ding... ...dingens kaputt machen. Straight to the basement. Ab in den Keller mit dir, Liebes. Ab in den Keller mit dir. Das ist schön warm. Ranzige Euro-Paletten in einem Wohnviertel rumstehen. Ähm... Weiß nicht. Frag mal Gott. Die gibt's nicht. Die gibt's übrigens nicht, wenn ich Gitter spiele. Hi! Wow, sie hat Mumm. Oh, sie hat nicht mal Borrowed Time! Sie hat sie einfach nur gefarmt. Alright. Okay. Mhm. Okay. Alright. Mhm. Ja. Okay. Gut. Ja. Ist in Ordnung. Nee, 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 nee. Völlig in Ordnung. Nee, nee, passt schon. Hi. Grüß dich. Frag den Entitus. Ja, frag den Entitus. In der Tat. Wirst doch wohl nicht, Fräulein! Boah, dass das so dunkel wird im Haus, das schickt mich total, ey. Das find ich fürchterlich. Richtig dumme Funktion, ey. Ich weiß noch nicht mehr, was das soll. Wait. Shit. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Du hast den... Sie weiß zu viel. Sie hat das Totem gefunden, Freunde. Sie weiß zu viel. Sie muss vernichtet werden. Da war übrigens eine Palette, die du hättest nutzen können, aber jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Oh, da auch nicht. Ich darf mir schön die Splitter aus dem Gesicht pulen. Wait, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Fuck. Wait, what? Okay, so viele Generatoren können sie nicht schaffen, solange das hier aktiv ist. Ja, generell spenden wir bitte nicht irgendwelche Grüßwünsche, weil so... Also, ich bin halt auch kein Automat, der irgendwas sagt, ne? Hi. War keine gute Idee, Schätzchen. Nicht so wirklich, du hast es jetzt gemerkt. Ja, 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 ja. Schreib es dir hinter die Ohren. Nee, das ist keine... Also, alles cool. Ist nur so. Ist nur so. Ich meine nur, es nützt denen halt auch nichts, wenn man das irgendwie... ...zehnmal reinschreibt oder so. Weil, also ich hatte halt auch schon Streams, wo dann... ...ich irgendwelche Schulen grüßen sollte und, also ich... Ich mach das halt auch alles gerne mal, aber dann irgendwie... Äh, ja. Was sind das für Totems? Ähm... Ruin heißt der, oder ruinieren, oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Der... Für jeden... Für jeden normalen Skillcheck, den du machst... Ähm, verringert sich der Fortschritt am Generator, solange das Totem aktiv ist. Jetzt... Grabsch doch da mal nicht einmal im Totem rum! Hört doch mal auf damit! Ja, deswegen... ...verlangsamt das unglaublich die... ...diese, äh, die Generatorengeschwindigkeit. Oh! Wow! Ah! Ohohohohohohoho! Die Spaghetti-Flosse! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Nice! Ich hab einfach meine Fingernäge ausgerissen und auf sie geschmissen. Wirst du das schön lassen, ne? Schön wirst du das lassen. Nein. Nein. Ein perfektes Dreieck. Warte mal, ich kümmere mich um die Angelegenheit gleich. Grüß dich. Du hast da ein bisschen Kotze an der Jacke, du Weid. Ich sag's ja nur. So, wartet mal. Jetzt, jetzt aber. Jetzt lasst mich hier mein Dreieck hinmalen. Dankeschön. Ich findest es nicht, dass das eine schöne Form ist. So. Was, was, was? Sef14, eine Hexe sucht Pediküre. Ja. Nee. Solange ich die Fingernägel zu meinem Vorteil benutzen kann. Hallo. Hallo. Wow, wie ist die so schnell? Oh, 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 man. Totem, Totem. Schnell. 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 Hin, 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 hin. Oh, fucking hell. Why? Ich konnte mich nicht mehr hinbeamen. Ich war, glaub ich, zu weit weg. Wait, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh, grüß dich. Oh, yeah. Yeah. Eeeh. Kleenexi, dankeschön für den Sub. Dankeschön. Herzlich willkommen im Team Sef. Nein. Na, du fucking Bitch. Facecam. Easy. Facecam. Es langt. Es reicht. Der Sturm ist empfesselt. Em, 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 fesselt. Ibims, der Sturm. Oh, oder auch nicht. Die krieg ich jetzt. Das schnapp ich mir, das Früchtchen. Wie frech. Wie frech, ey. Vor allem in meinem Face. Wobei, das hab ich wahrscheinlich verdient. Ja, hi. Nein. Nein, ich will die andere. Nein, ich will die andere. Wo ist sie, wo ist sie? Sie ist hier langgelaufen. Shit, 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 shit. Oh, 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 oh. Hi. Bäm. Oh, du kriegst einen Arschklatscher. Dafür. Danke sehr. E-Beams, die alte Hex. Oh, oh, oh. Keller ist hier. Sehr schön. Sehr schön. Hallo. Äh, hi. Hi, Zoe-Ehrchen. Hi. Grüß dich. Hallo, du geiler Briefbeschwerer. What the fuck? What the fuck, Enemy? Äh, wann wolltest du YouTuber werden? Ähm, ich glaube, insgeheim wollte ich schon irgendwie von YouTube leben oder das halt irgendwie als Beruf machen, als ich, ähm, als ich damit angefangen habe. Aber ja, man ist ja, man ist ja irgendwie korrekt und, äh, man will ja auch nicht, dass, naja, wie soll ich sagen, man dann enttäuscht ist oder so. Also, da habe ich es einfach nur so just for fun gemacht. Und ja, keine Ahnung, als ich dann, als ich dann Corrupted und so kennengelernt habe, als ich angefangen habe, so, so ein paar tausend Abonnenten zu kriegen, wo ich dachte, ey, das geht ja halt irgendwie auf, das Konzept, ne? War, war, war alles cool. Und dann kam mein Tello Neighbor. Im, ähm, wann war das? November? Ja, und dann ist ja mein Kanal super krass gewachsen. Und, ja, ich habe halt seitdem, sind wir, sind wir so viele Leute geworden, was halt übelst krass ist. Und keine Ahnung, jetzt ist es halt einfach, finde ich, ist eine unglaublich schöne Sache, dass das, was halt für mich funktioniert hat, was ich irgendwie scheinbar ganz viele Leute wünschen, glaube ich, die halt mit, mit YouTube anfangen. Das ist halt cool. Also, also, ich fühle mich, ich fühle mich super dabei. Und es ist halt auch cool, so, sozusagen, fuck. Halt, ähm, wenn man, wenn man das, was man gerne macht und mit Leidenschaft macht, auf täglicher Basis machen kann und damit halt auch noch Geld verdient, so, das ist super. Warum? Warum tust du es immer? Warum? Er wollte es auch nicht lernen. Er, er wollte nicht. Oh, ey, die Hack ist gar nicht mehr so schlecht. Also, man muss zwar ein bisschen campen, muss sich zwar dann immer wieder zu den Haken hin beamen, aber gut, die geht eigentlich mittlerweile. Nachdem die diesen Stun entfernt haben, nach der Teleportation, ist alles, alles gut. Ist alles easy. Wait, sehe ich Gespenster? Hi. Kein Gespenst gesehen. Möchte ich ja wohl bitten. So, und zum Abschluss noch einmal ein perfektes Dreieck. Applaus. Dankeschön. Äh, machst du mal wieder ein Best-of? Yo, wenn ich mich inspiriert sehe. Das kommt immer relativ spontan, muss ich sagen. Ich bin zu deiner Kraftquelle geworden. Ja, krass. Dankeschön. Es ist, es ist auch so cool zu sehen. Ich bin halt nicht nur der Aspekt so von meiner Seite aus, sondern halt auch von eurer aus. Ja, dass man, wie soll ich sagen, dass halt alles, was mir die Leute schreiben, ja, alles, was sie mir, wenn sie mir Briefe schreiben, wenn sie mir Nachrichten schreiben, wenn sie mir Bilder malen und so. Alles, das zeigt ja, dass ich irgendwie eine Bedeutung habe in eurem Leben so. Dass ich halt, dass ihr euch hier hinsetzt irgendwie und mir beim Spielen und Scheiße labern zu seht, das ist halt voll cool. Und dann damit irgendwie Spaß haben, dass es eure coole Abendbeschäftigung nennt. Das ist, das ist, das ist amazing so. Also ich spiele halt einfach nur Videospiele und bin, bin, bin ich irgendwie. Also natürlich versuche ich halt unterhaltsam zu sein und so. Aber das ist halt, das ist halt das Schöne dran, dass ich mitkriege, dass es halt auch ankommt. Und dass das Leuten was bedeutet, was ich halt mache und wo, wo ich halt auch Arbeit reinstecke. Und das ist, das ist halt super schön. Und dafür, das macht halt YouTube so amazing, weil du dieses Feedback irgendwie sofort zurückkriegst. Das ist halt eine schöne Sache. Was machst du mit Rapti wieder ein Video? Wenn Rapti überhaupt mal wieder am Start ist. Ich darf dich nicht alleine gucken. Wer, wer ist denn dabei? Deine Eltern? Dein großer Bruder? Deine große Schwester? Hallöchen, große Schwester. Ähm. Ich bin 25, Evi. Danke viel dir für den Host. Seid Soma dabei. Ja, Soma war ein exzellentes Spiel, ey. Soma war echt amazing. Alter, habt ihr das gesehen? Oh nein, 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 ich wollte noch nicht, ich wollte noch nicht. Nein, 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 ich wollte eigentlich... Ah, ich wollte mit den Leuten spielen. Wait. Stop. Stop. Abbrechen. Abbrechen. Mission abbrechen. Sofort. Freue einstellen. Goddammit. 25? Ja, ich bin 25. extra früher von der Freundin nach Hause gegangen für den Stream. Ah, schön, Leonie. Danke. Herzlich willkommen. Hoffe, du hast Spaß. Ey. Ey. Der Hut macht den 10 Jahre... Jünger. Es liegt natürlich nur am Hut. Göh. Ich hab Soma wegen dir gekauft. Ey, cool, danke. Ja, definitiv. Also, die Entwickler kann nur ruhig unterstützt werden. Was halt an Kreativität in dieses Spiel geflossen ist, ein Denkvermögen, eine gewisse Idee umzusetzen, ist krarrig. Soma ist ein geiles Spiel. Wann spielst du denn in Night Blights? Ich weiß nicht. Ich brauch noch vielleicht ein kleines längeres Projekt für, wenn ich nächste Woche im Urlaub bin, dass ich ein bisschen was vorproduzieren kann. Wo hast du den Hut? Das ist eigentlich Lenas Hut. Das ist das Witzige. Von ganz früher noch irgendwie. Ich weiß nicht. Spiel nach der Gamescom mit Michael Myers. Ja, du willst mir die mitbringen, Fazbear, right? Ich hab's nicht vergessen. Wie kann ich meine Eltern überreden, die BD zu kaufen? Ja, keine Ahnung, Mann. Das Spiel ist halt auch ab 18, ne? Also... Also im Endeffekt ist es halt wirklich nicht schlimm. Aber so, es ist halt... Ja. Es ist halt Sache deiner Eltern, die da Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist wahrscheinlich auch richtig so. Kaito ist richtig scheiße. Wieso? Hier geht's doch nicht um Skill. Hier geht's um Fun. Bis wann streamst du? Ähm... Eventuell nur bis 21 Uhr. Ich weiß nicht. Je nachdem, wie ich mich fühle. Gerade fühle ich mich super. Aber ich kann's nicht sagen. Ich mache jetzt erstmal noch ein, zwei Runden Dead by Daylight. Danach mache ich vielleicht noch eine Runde Monstrum. Und danach spiele ich dann Friday. Irgendwie die letzte Stunde oder so. Darfst du nicht mal Twitch haben? Wieso nicht? Was ist denn Twitch? Also Twitch gibt's doch ziemlich coole Sachen. Twitch ist ja nun eigentlich überhaupt nicht verkehrt. Twitch ist eigentlich ziemlich streng, was so Richtlinien angeht. Oh, by the way, ich habe hier noch so ein krasses... Ich habe hier noch so ein scharfes Pickup. Ich will es aber nicht essen, weil es mich irgendwie anwidert, weil das wie Schinken riecht. Schinken und Schoki. Hm. Komm, let's do it. Das ist so furchtbar, ey. Oh, ich möchte es nicht aufessen. Möchte irgendjemand... Roomtour-Vorratskammer-Unboxing. Man sieht, wie es mir schmeckt. Ja, es ist ein Hochgenuss. Liebe ist, wenn es Landliebe ist. Ist das diese scharfe? Ja, ja. Das ist das. Ab 16. Hm. Wenn du verlierst, musst du das aufessen. No. No, Deadline. Das hast du nicht getan. Fuck. Okay, okay. Was heißt verlieren? Wenn ich sterbe. Also, das Gute ist, bei Deadline zu sterben, heißt ja nicht verlieren. Sag mal, wenn ich unter 10.000 Punkte bin, dann esse ich das auf. Dann stopfe ich es mir ganz in den Mund. und ich schwöre hoch und neidlich. Was? Oh, doch. Okay, wenn ich sterbe. Also, ich muss entkommen. Ah, alles klar. Oh, Chat ist so böse heute. Chat ist wirklich sadistisch. Ich bin hier. Mach mal hin, ey. Oh, Bluthütte. Hell yeah, baby. Lots of fun, lots of fun. Hi. Na? Ado, ado. Jetzt darf ich hier nicht rumrennen. Ich hab mein Sprint Burst hier. Gamescom ist nächsten Moda. Gamescom ist... Hey, ja, fuck. Ist August. Krass. Oh, Xalbert hat wieder Spaß, wie ich sehe. Okay. Ich hab halt diesmal einen besseren Killer. Who knows? Wie kommst du denn auf, äh, auf, äh, sadistisch? Ja, ja, ich nur... Aus, aus euch spricht die blanke Liebe. Ich seh's schon. Aus, aus wie noch ein Teilensteller. Hi, hado. Ja, wir lernen vom Besten. Touché, touché, der Lara. Touché. Was macht denn hier eigentlich da, ihr Süßen? Hi. Ja, ja. Ja, ja. Du willst, dass ich dich heile, ne? Ja, ja. Ja, ja. Na gut, Herzchen. Na gut. Machen wir das mal. Hast du alle meine Paletten verschwendet? Oh, wir müssen weg. Abort, abort. Abbrechen. Nimm die Palette. Nimm die Palette, Dude. Ja gut, ja gut. Renn, Bruder. Renn. Schmeiß sie runter. Yeah. Ah, ich hab ihn in den Hintern gekiekst. Jihihi. Uh. Oh. Warte mal, ist hier eine Falle? Oh, zum Glück. Glück nicht. Wait, wait, wait. Wir bringen zu Ende, was wir angefangen haben. Yes. Alter, Laurie, alter. Dieser, dieser Schrei, er weckt echt Tote. Das ist übelst krass, Mann. Oh, shit. What the fuck? Wait, wo bist du hin? Oh, kacke. Mach das mal alleine. Ja, ja. Mach das mal alleine. Oh, sie ist raus. Decisive Strike, oder was? Nein. Hehehe. Fuck. Fuck. Wait. Ja, ja. Ja, ja. Palette, 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 Palette. Shit, warum ist da ein Haken? Warum ist da ein fucking Haken? Wisst's? In welcher Welt? Au. Unhöflich. Und die Party beginnt, Freunde. Und die Party beginnt. Wartet mal, Leute. Ich muss mir kurz ein kleines Pflaster anlegen. Dann ist dein Schinken-Schogi, Dings. Ich bin ja noch nicht tot. Seht mich an. Ich bin... Ich bin die Fitness in Person. Ja, ich bin... Ich bin durchtrainiert. Ich bin rippt. Ich hab hier auch schon fast ein Sixpack. Pass mal auf. Oh, Mann. Hehehe. Ah, ich will mit von der Partie sein. Nein. Nice Swing. Weg, 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 weg. Falsche Seite. Yes. Oh, yes, Baby. Ah, du, ah, du. Ah, du, ah, du. Ah, du, ah, du, fuck a boy. Ah, du, ah, du, fuck a boy. Ich mach jetzt den Generator mitten in sein Gesicht. Oh, fuck. Die sind schon... Die sind schon über alle Weltmeere. Wie sind die so schnell dahin? Wenn du gewinnst, ist ich drei davon. Mach mal. Hi. Ja, ja, oh. Ist dein Self-Heal alle, oder was? Okay, rip Lucifer. Wir haben dich fast nicht gekannt. Über was kann man die Fan-Arts schicken? Am liebsten über... Über Twitter. Weil ich das da am schnellsten sehe und gleich rauskopieren kann. Fan-Arts über Instagram sind immer ein bisschen schwierig. Wo bist du bei der Gamescom? Äh... Überall? Ich werde... Ich werde halt kein offizielles Fan-Treffen machen. Oh Gott. Wow. Äh... Weil ich dafür schon zu groß bin. Aber ich werde immer mal tweeten, wo ich bin. Paletten. 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 Shit. Huh. Au. Na. Fuck. Mit der Spitze. Goddammit. Schnell. 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 Nein. Oh. Verdammte Axt. Oh. Wow. Wow. Hast du das gesehen? Guter Trick, nicht wahr? Help. 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 Ich will das Schoki-Ding nicht essen. No. Oh. Gut. Gut gemacht. Help. Help. Er hat den Streamer. Schnell. Ja, ja. Jetzt. 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 Oh Gott. Er kommt zurück. Nicht jetzt. Jetzt. Yes. Easy. Jaum. Oh Gott. Er hat die Palette nicht kaputt gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Oh Gott. Ich bin tot. Ah. Er will meinen Hintern. Er will meinen saftigen Hintern. Fuck. Nein. Nein. Hier sind keine Paletten mehr, Mama. Oder? Hier ist alles weg. Hier ist alles weg. Hier ist alles weg. Wim, Junge. Shit. Shit, 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 shit mich weg. Mach nicht so einen Krach, Mann. Mach nicht so einen Krach. Oh Gott, er hat mich. Ja, ja, er will mich. Nur mich. RIP. Gut, gut, Buddy. Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Uh. Das war der Schimpanse in mir. Oh. Holy shit, ey. Machst du nächste Woche wieder Streams? Nächste Woche bin ich in England. Essen oder Monstrum? Ja, warte. Warte. Würdest du in ein Postfach zulegen? Ich hab schon ein Postfach. Ich muss da noch ein richtiges Video zu machen. In einem meiner letzten Loot-Chest-Unboxings habe ich das, glaube ich, erwähnt. Aber ich mach nochmal ein extra Video zu über den Postfach, weil das viele noch nicht wissen. Oh, Xerat. RIP. RIP. Der wird dich da nicht mehr rauslassen, der Dude. Wow. Ich hab noch Borrowed Time. Oh, yeah. Ich hab noch Borrowed Time. Runter. Oh, nein. Oh, fuck. Abbrechen, abbrechen. Mission abbrechen. Shit. Wee. Big Spins, Big Spins. Au. Keine Big Spins. Shit. Rette ihn. Rette ihn. Er hat den Streamer. Er hat den Streamer. Rette ihn. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott, Babygirl. Oh, Gott, Babygirl. Nein. Hier ist nichts mehr. Au. Shit. Okay, ich bin tot, Boys. Bin tot. Die Crew ist am Start. Oh, halt. Ich bin noch nicht tot. Nice. Get the Shoki Ding. Ding. Oh, nein. Oh, nein. Können wir dem Hut einem Namen geben? Ja, Feuer frei. Feuer frei. Nein. Nein. Holt mich hier runter. Holt mich hier runter. Nein. Weg hier. Weg hier. Nein. Oh, fucking hell. Up. Up. Holt mich hier runter. Oh, Gott, damn it. Oh, fucking hell. Er wusstet. Nein. Mama, I didn't Streamer. Mama, guck mal. Ich hab den Streamer gefangen. Mama, guck mal. Up ins Bett, Charlie. Ich liebe diese Leute. Was macht ihr? Wollt ihr zu meiner Beerdigung antreten, oder was? Scheiße. Jetzt muss ich das ganze Ding essen. Na gut. Na gut. Fui deibel, ey. Hm. Köstlich. Köstliches Pastetchen. Ah. Stopp. Guten Appetit. Danke, Mann. Danke. Appreciate it. 15.000 Punkte, Alter. Siehst du, man muss gar nicht überleben. Was macht denn Überleben? Ja. Ja. Wir sind jetzt zusammen im Himmel, Lucifer. Wait, im Himmel? Lucifer? Irgendetwas schluckt ihr nicht. Irgendetwas ist ja sehr mysteriös.